Ashtipavasana ist die Stellung des heiligen Ashtipava. Felix zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Langsitz. Vom Langsitz ausgehend beuge die Knie und gib die Fersen zusammen, aber die Zehen nach außen. Dabei gib die Knie weit nach außen. Dann beuge dich zwischen die Beine nach vorne und gib die Arme nach außen und gib die Stirn auf die Fersen. Diese Stellung ist eine schöne Stellung, um den Geist nach innen zu richten und dich zu verbinden mit Mutter Erde. Ashtipavasana hilft dir innerlich zur Ruhe zu kommen und eine Stellung der Meditation zu bekommen. Ashtipavasana ist die Stellung des heiligen Ashtipava. Ashtipava gehört zu den 84 Siddhas in der Tamil-Literatur. Ashtipava gehört auch zu den Siddhas, die mit den 84 Yoga-Stellungen, den Grundstellungen in Beziehung stehen. Ashtipava gehört also zu den Siddhas, den großen Vollkommenen in der Tradition von Matsyendra und Goraksha und gehören damit zu den 84 wichtigen Hatha-Yoga-Gurus. Das ist die Stellung des Heils. Vielen Dank.